Willkommen zu einem weiteren Video. Und ich bin etwas krank, deswegen kann meine Stimme manchmal abkratzen. Aber dies ist eigentlich nur eine kleine Information. Und zwar eine erfreuliche Information meiner Meinung nach. Denn einige wollten früher mal, dass ich einen Server erstelle. Und da dachte ich mir, machen wir das auch mal. Der Server hat vier Slots, ich werde ihn gleich noch auf 32 oder vielleicht auch 20 erweitern. Und die IP steht natürlich in der Beschreibung. Dann, ja, hier wird das Spawn. Ganz simpel ist ein PvP-Server. 10.000 Blöcke in jede Richtung ist der Border. Dann, ihr werdet jetzt Builder, also Member, indem ihr hier Slash-RP Slash-RP und dann Boss sein liebt. Ja, Autopromote Boss. Und jo, so wettet ihr Member. Dann, dies ist ein PvP-Server. Deswegen ist das Spawn auch ziemlich animatörig. Oder wie man auch immer das aussprechen möchte. Ja, ich glaube, also ich weiß nicht wie viel er protected ist, aber am Spawn is er protected. Das heißt, ihr müsst erst mal in eine Richtung laufen, an gewisser Zeit. Ich empfehle euch hier lang zu gehen, Richtung 1, denn hier ist ein Dschungel. Und jo. Gut. Natürlich könnt ihr mir auch noch Tipps geben, wie ich denn sowas verbessern könnte. Ihr könnt mir auch schreiben, welche Plugins ich noch hier raufpacken soll. Also, im Moment gibt es keinen Shop, aber einen Shop wird es bald geben. Und ja, bei Fragen stellt diese bitte an Marmaster-LPs auf YouTube. Und ja, wie gesagt, der Server 20 Slots und wenn ihr wollt, dass er mehr bekommt, dann gibt einfach ein slash, ne, ne, dann geht auf diesen Link, da steht auch nochmal in der Beschreibung. Also, hier könnt ihr euch VIP und Pro kaufen und also damit könnt ihr echt eine Menge machen mit diesem Shop. Und ja, es hat auch Rechte, die ziemlich OP sind, finde ich. Aber, das könnt ihr euch selber ansehen. Ich habe jetzt auch mal gedacht, ich nenne den Server Marmaster PvP. Ja, wie denn sonst, ich hatte keinen besseren Namen. Und es würde mich freuen, wenn ihr hier raufkommt. Ich bin auch öfters drauf, aber jetzt gerade nicht, weil es 21.55. Und ich werde morgen, ist Donnerstag, ich weiß nicht, ob ich da... Ich werde auf jeden Fall am Abend und sein, aber nicht so lange. Denn ich muss die Plugins noch verbessern und schreiten die Nachrichten auf YouTube, welche Plugins sich noch raufhauen könnte. Das geht anscheinend nicht, okay. Jo, ähm, ich habe ein paar gute... Ähm, ein Job, es wird bald ein Job geben. Moment, ich schaue jetzt gleich mal, was alles für Plugins drauf sind. Moment... Moment... Ähm, m-m-m-m-m-m... Kleinen Moment, liebe Freunde... Also... Iconomy, Nocheat Plus, das heißt, es gibt keine Hacker. Freut euch, Leute. Dann haben wir Autopromote. Das ist das, womit ihr euch selber freischalten könnt. Essentials Group Manager. No, äh, LWC. Das ist sehr erfreulich für euch, aber ich erkläre euch jetzt das nicht. Dann haben wir den World Order. World Ended World Guard. Und ja, noch ein paar weitere. Ah ja, genau, jetzt fällt mir ein. Jetzt fällt mir ein, muss ich das Suppen-Plugin noch hinzufügen. Das werde ich natürlich auch machen. Dies folgt aber leider erst morgen Abend. Leider erst morgen Abend. Deswegen... Ja, also morgen Abend, Donnerstagabend, werde ich versuchen, das Suppen-Plugin zu installieren. Und dann geht's los mit dem PvP, würde ich mal so sagen. Ne? Ne, 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 ne. Genau, also wenn ihr dann den, äh, Pro- oder VIP-Rang gekauft habt. Ne, ne. Wenn ihr den Pro-Rang gekauft habt, dann kriegt ihr von mir noch ein Mushroom-Spawn-Egg. Aber das gebe ich euch dann persönlich. Und das, so könnt ihr mich auch anschreiben auf dem Server. Und ja. Das war jetzt ein ziemlich langes Video. Wenn ihr noch Fragen zu dem Server habt, Vorschläge, Verbesserungsvorschläge oder was auch immer, dann schreibt es mir auf YouTube als Nachricht. Und ja. Ich hoffe, ihr kommt auf den Server. Einige haben es sich ja gewünscht. Deswegen habe ich das mal gemacht. Und ich wünsche euch viel Spaß drauf. Vor allem, wenn dann bald das Suppen-Plugin drauf ist. Und ja. Wir sehen uns. Und tschöööö. Vielen Dank.